Willkommen, meine lieben Freunde, bei meinem zweiten Brettspiel, das ich aufnehme. Wow, du bist einer der loyalsten Spieler, das will ich nicht sehen. Ah, wie kann ich da weggehen? Was heißt, dein Takenoku-Spiel wird in 16 Sekunden gestartet? Dann schreiben wir auch Hi. Wir sind ja freundlich, offensichtlich ist das Werbung, die Boardgame Arena zeigt. Na gut, heute sind wir bei Takenoku dabei und ich bin der erste Spieler, das heißt, ich nehme als erstes einmal sowas. Und zwar, wir nehmen uns einen Auftrag, was nehmen wir? Hier, wir nehmen einen Panda-Auftrag noch zusätzlich, ausgezeichnet und dann nehmen wir uns das rein. Das ist zwar fies, aber so sind wir halt. Bei Takenoku geht es darum, das machen andere Leute auch nicht, aber fies von Ihnen. Bei Takenoku geht es darum, wir bauen ein Spielfeld, langsam aber sicher auf, das wird ein Garten. In diesem Garten wird Bambus gepflanzt und das ist ein unterschiedlich färbiger Bambus. Der Bambus wird gepflanzt und der Gärtner, das ist diese Figur, die können wir bewegen dann im Endeffekt. Und, ah sehr schön, das ist etwas zum Essen für das Panda-Bärchen. Wir können den Panda-Bären bewegen, also jedes Mal, wenn wir dran sind, können wir zwei Dinge tun. Oh Gott, das ist ja schrecklich, der Beta-Auftrag. Auf jeden Fall, ah, ich habe eine Sonne. Am Anfang des Zugs wird immer zufällig ein spezielles Wetter bestimmt. Mit der Sonne dürfen wir drei Aktionen machen, aber wir dürfen jede Aktion nur einmal machen. Das heißt, wir nehmen uns als erstes einen Auftrag, und zwar einen Beta-Auftrag. Na super, das wird nicht besser. Dann nehmen wir uns sowas. Nehmen wir uns gleich das da. Und dann bewegen wir den Panda-Bären hierher. So, immer wenn ein Feld bewässert ist, bekommt es einmal so ein Panda-Stück drauf. Es können maximal vier Bambus-Stücke drauf sein. Und, das ist ganz, ah, warte mal, was haben wir da? Grün und so ein, naja. Okay. Grün und ein Fertilisations-Ding. Also, wie schon gesagt, auf jedem dieser Teils können maximal vier von den Bambus-Stücken sitzen. Auf einigen von diesen Teils sieht man, da gibt es spezielle Dinge, die drauf sein können. Dass man nicht klug von dem, weil da kann man nichts essen. Das weiß er allerdings offensichtlich nicht. Dieses Symbol heißt, dass der Panda-Bär dort nicht essen kann. Macht keinen Blödsinn. Was auch immer du jetzt machst. Macht keinen Blödsinn. Das war gar nicht immer so dumm. Weil wir wollen das Feld da machen. Gut, wichtig, sowohl der Panda als auch der Typ können sich, wenn sie sich bewegen... Ah, Wetter, das ist gut, wir nehmen so was. Wobei, ich hätte mir sogar, glaube ich, das fruchtbares Land-Ding nehmen können. Hey, bleiben die nicht? Ach gut. Ah, dann auch gut. Was da her? Was soll's? So, was machen wir noch? Wenn ich mir jetzt gar nicht so ein bisschen rausfelle. Man kann insgesamt fünf Aufträge haben, die man nicht erfüllt hat. Oder noch nicht erfüllt hat. Wenn man einen Auftrag erfüllt, können wir den ausspielen. Also, wir müssen den nicht beenden. Wenn man den Auftrag erfüllt hat, wenn man einen Auftrag erfüllt hat, können wir den einfach ablegen. der bringt am Schluss Punkte. Der, der als erster acht Aufträge erfüllt hat, beendet quasi das Spiel. Die anderen dürfen dann alle noch einmal fahren und dann sind alle glücklich und zufrieden. Ja, das war jetzt ein... Pfff... Interessant. Ja, bei Zügelicht des Wetters, es gibt verschiedenes Wetter. Wind, so wie er hier, bedeutet, dass man eine Aktion zweimal machen kann. Das ist meistens ziemlich sinnlos. Wie funktioniert Bewässern? Wie funktioniert Bewässern? Grundsätzlich, wenn man den Gärtner zieht, der kann eben auch nur die Diagonalen bzw. die Längen ziehen. Der kann keine Ecken machen. Das heißt, der Gärtner könnte jetzt nur auf dieses Feld hier fahren, auf dieses Feld hier fahren, auf dieses Feld hier fahren. Aber nicht auf dieses oder dieses, weil dazu müsste er eine Ecke machen. Ähm... Big Wiggers hat offensichtlich nicht allzu viel Ahnung von dem Spiel. Ähm... Was okay ist. Man muss nicht alles wissen. Und der hat zwei Beat-Fade-Beat-Aufgaben genommen. Das ist arg. Ah, verdammt. Kann der nicht irgendwas Sinnvolles daher setzen? Zum Beispiel etwas, was der Panda essen kann. Ja, das könnte er zwar essen, aber da kommt er noch hin, weil ich natürlich auch der Panda nur so bewegen kann. Hm, ich höre jetzt auch den Wind. Das heißt, ich dürfte rein theoretisch zweimal das Gleiche machen. Also jetzt setzen wir mal sowas. Oh, das ist gut. Das setzen wir hierher, weil das brauchen wir für diesen Auftrag. Da werden wir folgendes machen. Wir werden den da her schicken und dann werden wir den Auftrag gleich erfüllen. Zug beenden. Ausgezeichnet. Ich glaube diesen Auftrag werden wir nicht erfüllen, aber den da werde ich schon erfüllen eigentlich. Hm. Wobei vielleicht bei uns ist für mich. Schauen wir mal. Ne, der braucht noch zwei Sachen. Ah, der hat zwei so Beta-Aufgaben genommen. Das ist interessant. Das ist eher selten. Das wollte ich sowas nehmen. Die Beete zählen im Übrigen nur, also das zählt nur als erfüllt, wenn es auch bewässert ist. Also das Beta könnte man noch nicht dazu zählen zu der Aufgabe, weil es nicht bewässert ist. Genauso wie das hier. Natürlich Bewässerung. Alles was da in der Mitte liegt und an dem anliegt, ist sowieso bewässert. Es gibt dann einige Felder, die haben so einen Teich drin, die sind auch automatisch bewässert. und wir haben da so diese, ähm, diese Plättchen, die kann man auch drauflegen auf Gebiete, die nicht, ähm, in irgendeiner Weise besetzt sind, ähm, die sind dann auch bewässert quasi. Ähm, für alles andere kann man, äh, solche Dinge legen. Das ist die falsche Richtung. Bist du verrückt? Ja, er ist verrückt. Ja, er ist verrückt. High five? Was, er heißt? H-F- High five? Ich weiss nicht. Huff. Äh, wirst du oft dazu essen mit deinen Panda-Beeren? Ich will essen. Hapa, Hapa. Hm, ich kann mal wieder was aussuchen. Ich nehme mir noch sowas. Die sind, na, die sind natürlich schon alle weg, ist eh klar. Dann nehme ich mir, und das sowieso nicht. Ähm, dann werden wir mal den Panda fressen lassen. Als erstes und als zweites setzen wir, hm, das hier da her. Ja, diese Dinger hier können wir entlang der Grenze setzen. Und sie müssen von dem mittleren Ding hier ausgehen. Und dort, wo es einer nicht hinfließt, sondern dort, wo es... Ah, okay. Dann muss er irgendwas machen. Ah, ich sollte noch einen Auftrag nehmen, das ist dumm. Das muss ich machen. Hm. Naja, gut. Ähm, vielleicht sollte ich mehr erklären und weniger, äh, und weniger nachdenken. In dem Spiel. Wobei, da habe ich ein relativ gutes Rating in dem Spiel. Also, so gesehen. Ich glaube... Ah, na, das wird sich nicht ausgehen. Was macht der wahnsinnig, äh, wo fahrt der hin? Hat der will wahrscheinlich dieses grüne Feld auch beladen. Hm. Jetzt hat er... Jetzt hat er da... Jetzt hat er da einen Auftrag, wahrscheinlich den Auftrag, diese vier Felder zusammen. Hm. Also, wie schon gesagt, den Auftrag werden wir wahrscheinlich nicht erfüllen. Das wird es jetzt nicht erfüllen. Hm. 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 Bei den Filmgebauten werde ich glaube ich auch noch ein Beet nehmen, eine Beetaufgabe, weil, was habe ich denn noch nicht gefressen schon, ausgezählt. Weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, wenn die so viel bauen, dass irgendwie zufällig das Beet, das man zieht, auch gleich erfüllt ist. Zum Beispiel gibt es so ein C-förmiges grünes, das bringt zwar nicht allzu viele Punkte, aber hey, das wollte ich essen. Ist das arg, dann nehmen wir uns noch etwas hier. Das haben wir noch nicht. So, dann gehen wir mal mit dem da rüber. Das essen wir mal. Und wir nehmen noch einen Auftrag und so noch ein Beet. Super. Das ist doof. Wieso in rosa? Das Wetter hatten wir noch gar nicht, da kann man auf einem Feld etwas wachsen lassen. Ganz offensichtlich will der das da haben. Das haben wir jetzt schon erfüllt. Mist. Das ist schnell gegangen für ihn. Leider. Sonst hätte ich es ihm weggefressen. Ja, wenn der Gärtner im Übrigen irgendwo hingeht, dann bewässert er alle gleichfärbigen Gebiete, die bewässert sind. Also wachsen auf den gleichfärbigen Gebieten, die bewässert sind im Umkreis. Also das und alle Umkreise. In dem Fall würden auf diesen 5 Feldern wachsen. Aber... Ach, das ist nicht gut, wenn ich nicht, dass du bist. Obwohl das gäbe, kann ich doch nicht mehr essen. Aber ich brauche Grün. Ja, ja, das ist schon klar. So, was machen wir? Eine Sonne hat natürlich immer was Gutes. Sonne ist gut. Machen wir Sonne. Das sind drei Sachen. So, dann werden wir als erstes einmal das da bezahlen. Weil das haben wir schon. Dann nehmen wir uns gleich einen neuen Panda-Auftrag. Gelb. Mal immer fressen. Dann werden wir den Panda mal bewegen. Daher. Und dann schieben wir das nach. Jetzt setzen wir es da her. Damit haben wir nämlich quasi die Länge da erfüllt. Wenn wir das bewässern. Das müssten wir allerdings noch bewässern. Wir haben zwei. Hm. Eins, zwei, drei. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Bewässerung. Damit wir das, die zwei bewässern können. Damit wir das erfüllen. Mit eins, zwei, drei. Hm. Da könnten wir es so bewässern. Mit dem. Mit diesem Plättchen. Zumindest das da bringen. Ist auch nicht so schlecht. Also mit etwas Glück. Mit etwas Glück. Mit etwas Glück. Hm. Da kriegen wir noch ein rosarotes Ding. Wachsen lassen. So lässt er wachsen. Wir werden jetzt einmal nur den Panda hin und her futtern lassen. Wir brauchen gelbe, wir brauchen grüne zum Essen. Da will ich ihn herstellen. Den Panda. Vielleicht können wir den Panda zweimal essen lassen. Das wäre eine coole Sache. Dann könnte er da essen und dann da essen. Jetzt wird zweimal Sachen irgendwas machen lassen. Schon ganz gut. Gut. Nehmt sich auch noch einen Auftrag. Nibus 82 ist definitiv besser als der. Der hat sicherlich Aufträge, die er noch nicht erfüllt hat. Äh, die er schon erfüllt hat bei sich im Deck. Vor allem diese hier. Neeeeeein. Bist du wahnsinnig? Wieso da? Wieso nicht da? Du Idiot. Ah, sch... Depp. Nn. Grrrr. Hey, Wind. Schau, wir dürfen den Panda zweimal bitten. Wenn wir nehmen, wenn wir wollen. Machen wir doch glatt. Äh, der hat dann Glück. Der Blitz heißt, dass der Panda irgendwo hin darf aufs Feld. Das ist super bei meinen Karten eigentlich. Wenn ich mehr auf Panda Karten mache. Damit könnte ich den Panda irgendwo hinstellen, wo er den anderen nichts bringt. Für den Platz. Also nur je... Ach. Höchstlich. Und ich nehme einen Auftrag. Einen Beatauftrag. Den finde ich nicht so gut. Den finde ich fürchterlich zu erfüllen. Er bewegt sich. Jetzt ist es interessant wohin. Bewegt seinen Typen. Weil... Dementsprechend wird es ein Gärtnerauftrag sein. Ja, darunter. Ja. Wetter ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ich brauche auf jeden Fall noch einen zweiten, noch einen dritten Bewässerungsding. Leider. Das mache ich sehr ungern. Bewässerungen bauen. Das versuche ich zu vermeiden, soweit es geht. Ah, da stehen hier die Punkte. Wir haben jetzt 9, 8 und 9 Punkte ausliegen. Das ist gut, wir haben hier. Und wir haben jetzt eine Klopfersefulurgung. Die Luft wird es nicht mehr so wichtig. Aufregend wieder. Ich möchte hier nicht mehr so nachdem. So. Wird es Ihnen, schön, schön? Und ich komme dann aus der Kopf. Und ich komme jetzt wieder einmal. Ja, ja, das ist nicht gut, ich glaube nicht, dass ich das Spiel gewinnen werde. Worüber denkt er nach, frage ich mich gerade. Da sollte ich einfach ein paar Besserungen nehmen. Es gibt sowieso wahrscheinlich nur noch die zwei. Ah, vielleicht sollte ich trotzdem einen Gärtner nehmen als nächsten Auftrag. Nein, ich will nicht, dass das Spiel abgebrochen wird. Nur wenn der seinen Zug nicht macht. Gut, ich überlege gerade, ob ich alles erklärt habe. Ja, Aufträge, es gibt eben drei Arten von Aufträgen. Wie die Beete angelegt sind. Das sind diese hier. Dann der Bär frisst Bambus. Den sammelt man hier auf seinem Platz. Und die dritten sind eben der Gärtner. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also da zum Beispiel in einem grünen Feld mit so einem Fruchtbarkeitssymbol. Vier Bambus bringt drei Punkte. Und da in einem gelben Feld mit so einem Fruchtbarkeitssymbol bringt vier Punkte. Ja, von den Feldern her. Es gibt am meisten von den Feldern grün, dann gibt es gelbe und dann rosa. Also es schaut zwar jetzt gerade gar nicht so aus, aber tatsächlich ist das so. Deswegen sind die grünen Sachen noch weniger wert als die gelben und die rosa-roten. Das gefällt mir nicht. Okay, ich glaube der gute Mann ist aus dem Spiel ausgestiegen. Das könnte zumindest der Fall sein. Big Vigors. Big Vigors. Hm. Gut, wenn ich dran komme, würde ich jetzt den Bären bewegen und sein Ding kaufen. So einen Bewässerungskanal mit drei Kanäle brauche ich so oder so. Eins, zwei, drei. Oder eins, nein. Nur so von eins, zwei, drei. Und die beiden muss ich bewässern. Und den bewässere ich mir durch das Feld hier. Nachdem die anderen nicht mehr vorhaben zu bewässern, was ich schade finde, muss ich das wohl so machen. Oh, wenn ich da einen rosa-roten her setzen würde. Hm. Ja, man weiß leider nicht, was kommt. Und dass es ein bewässertes, rosa-rotes Feld ist, was ich jetzt kriege, ist doch eher unwahrscheinlich. Und wenn ich da nur zwei fällt, dann brauche ich das zu bewässern. Ja, dann müsste ich auf die verzichten und das will ich dann auch nicht. Das bringt zwar fünf Punkte, aber um ehrlich zu sein, das ist es nicht wert. Vor allem ist es ein Risiko, es kann durchaus sein, dass überhaupt kein rosa-rotes in dem Stapel ist, den man kriegt. Man zieht nämlich immer drei Karten und eine davon sucht man sich aus zum Leben. Aber mir scheint, als wäre Big Bigas aus dem Spiel ausgestiegen. Was natürlich blöd ist, weil ihr dadurch das Ende des Spiels nicht mehr seht. Ich weiß gar nicht, was wir da machen können. ... ... Gut, was soll man jetzt machen? Hm, schauen wir mal, ob ich mit dem anderen gemeinsam alleine weiter spielen kann. Tatsächlich, er ist einfach rausgeworfen worden. Und ich darf den Panda irgendwo hinsetzen. Ich setze ihn da hin, da wollte ich ihn so her. So, das heißt, wir werden das einmal hergeben. Dann werden wir als erstes das machen. Und noch so einen Gärtner uns nehmen. Und da haben wir auch ein Ur-Super-Pech. Vier grüne Felder, die drei hoch sind. Na super. Und wie soll man das machen? Äh, so ein Käse. Nicht das Dümmste. Boah. Und die darf man nicht einmal ablegen in irgendeiner Weise. Schauen wir mal, was das Virus macht. Ob Virus auch aussteigt. Oh, man, das steckt nicht aus, der spielt einfach weiter. Was macht der? Ah, der hat wahrscheinlich noch nicht alles seine Dings erfüllt. Ah, ich hasse ihn, der hat noch sowas gehabt. Ich brauch noch so ein zweites. Puh. Dann gehen wir mal da her, essen wir das mal. So, dann erfüllen wir mal das. Wir nehmen uns noch einen Panda-Auftrag. Und ärgern uns, dass wir das gefressen haben. Und wir legen den Panda hierher. Hier, hier. So, okay. So, ich habe mal einen Bewässerungskanal genommen. Mit den Fingerbewässerungskanälen. Ah, das ist aber gar nicht noch mal so schlecht. Das können wir nämlich da... Gar nicht so schlecht. Vielleicht geht sich das dann doch aus. Hm. Ja, mal da hin. Achso. Verdammt. Nein! Verdammt, ich bin so unfähig. Das sehe ich. Ah, das ist okay. Da kannst du essen, so viel du willst. Hm. Da hergehe, da habe ich da zwei, zwei, zwei. Das ist super. Der macht meine Arbeit für mich. Da brauche ich da jetzt keine Bewässerungen mehr legen. Ah, das ist gut. Dann kann ich meine Bewässerungen woanders einsetzen. Wenn ich da oben eins, zwei, drei, mit etwas Glück, mit etwas Glück, mit etwas Glück. Wie gibt es überhaupt... Achso, haaa, ich kann die Sonne nehmen. Oder... Na, ich nehme die Sonne. Das passt schon. Ich mache da einmal. Hier mit den Typen. Ja, die Sonne. Hier mit den... Ah, ja. Und... Dann zahlen wir mal das. Und nehmen uns noch einen Auftrag. Einen Panda-Auftrag. Und es ist klar, es sind natürlich noch einmal elende Grüne. Und dann bewegen wir den Panda hier. Das wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn es irgendwas anderes gewesen wäre. Ah, er nimmt auch die Sonne. Oder er hat auch die Sonne so. So, jetzt brauchen wir da eins, zwei, drei. Ah, das gefällt mir nicht. So, jetzt wäre es schön, wenn wir den Bewässerungshaini zweimal... Oder wenn wir... Entweder ein Bewässerungshaini zweimal... Oder wir nehmen die Wolke... Wir nehmen die... Nein, nein, nein. Plötzlich, wie heißt das? Regen. Bambus wächst. Dann nehmen wir das nämlich da. Und... Die Bewässerungshaini geht da her. Und wir haben das erfüllt. Ah, scheiße, scheiße. Wir müssen auch noch essen, dass ein Doppel fällt. Ha! Gott sei Dank. Wir haben das. Wir haben acht Punkte. Yes! Wir sind so gut. Wir sind so gut. Das ist ein Wachsen. Oh, das gefällt mir nicht. So. Jetzt ist natürlich interessant, was wir als nächstes machen. Wir brauchen... Da noch eine Bewässerung. Da noch eine Bewässerung. Und wenn geht, da noch ein rosarotes Feld. Das heißt, wenn wir da wirklich noch ein rosarotes Feld herkriegen, brauchen wir noch einen Bewässerungsgraben. Weil eins, zwei, drei und vier. Und bei dem vorderen können wir das legen. Nehmen wir drei Aktionen. Nehmen wir uns als erstes Laster. Und das war klar. Das ist jetzt mal da hier. Oah weh, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Dann nehmen wir uns noch einen Auftrag, noch einen Panda-Auftrag und den Panda bewegen und dann nehmen wir noch einen Zug, noch eine Sonne und auch noch eine Aufgabenkarte genommen. Das könnte sich schon ausgehen, dass wir gewinnen, aber... Gut, ich hoffe, ich bin jetzt hin. Also wenn, dann essen wir hier. So, dann machen wir noch eine Sonne. Dann machen wir den da her setzen. Dann können wir eins, zwei, drei... Und das legen wir hier her. Da haben wir tatsächlich alle unsere Aufträge hier erfüllt und mein guter Panda wird jetzt... Nein, auf die dritte Aktion werden wir sicher nicht verzichten. Wir werden das hergeben und uns noch einen Auftrag nehmen. Dann machen wir noch ein paar... Ach, noch einmal gelb, gib bitte! Kann es nicht rosa sein? Oder die dreifärbige Variante? G-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r- Bist du irre? Stark, stark, nicht schlecht. 35 Punkte, weit mehr als ich. Aber ich kann bis auf den einen alle Aufträge von mir jetzt erfüllen. Oh, ich habe alle Aufträge erfüllt, sagen wir mal so. Aber jetzt auch ein paar Aufträge. Ah, die hat er sich gefühlt. Der hat die ganzen rosa-roten Musik, ja. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Na gut, wie können wir das machen? Wir wollen... Wir wollen möglichst alles erfüllen, wenn wir doppelt bewegen. Wenn wir den Blitz nehmen, dann können wir noch eine Aktion machen, wie zum Beispiel... Ja, wir nehmen den Blitz. Mit der Panda bewegen. Dann bewegen wir den Panda noch da her. Gut, und dann machen wir folgendes. Wir machen das da. Dann nehmen wir uns noch einen. Ah, der leider nicht erfüllt ist. Schade. Wir haben nicht gewonnen. Wir haben nicht gewonnen. Und drei Punkte daneben. Ah, verdammt. 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 Ah, wir sind beide Erster geworden, weil er ausgestiegen ist. Hm, aber wir haben nur einen Punkt gekriegt. Na gut, Herrschaften, das war Takenoko. Vielleicht werden wir uns das nächste Mal noch einmal anschauen mit einer Runde an Spielern, die vielleicht eher mitmachen bis zum Schluss. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und traut das Schöne.